Hi Sweethearts, ich bin wieder mein Mitbewohner Davis Schulz aka Franz am Pranken. Ich habe ihn während er abgelenkt ist und am PC sitzt, gibt es einen Crap in sein Zimmer gestellt und er ragt es nicht, weil er Musik anhört. Und ich mache jetzt weiter, bis er es merkt. Was ist denn dein Scheißproblem Alter? Was ist denn dein Scheißproblem? Warum hast du das Klo von dir ausgeräumt? Komm jetzt hierher, räum das weg! Ich geh jetzt! Nein, Roppel! Komm jetzt hierher! Hallo! Das ist echt eklig! Ja! Das ist schon verdient! Ob du wohl nicht in meinen Arsch reingehst! So, das sieht doch richtig schön aus aus der Perspektive! Krass! 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 Krass!